hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen folge masterwurst leute heute werde ich mal in dem video erklären warum ich so lange afk war was glaube ich leute warum wir so lange jetzt nichts kam und nebenbei bauen wir einfach mal das was ist was cake ich weiß nicht mehr was cake heißt auf englisch was los ganz kurz google übersetzer anschmeißen leute was los übersetzer übersetzer so kick ach käfig käfig ein käfig soll man also bauen okay ich hab kekelein ein käfig okay braucht man am besten ein käfig in fünf minuten naja auf jeden fall leute ich hatte in der zeit nicht so die motivation und die lust jetzt was zu machen deswegen wollte ich auch eine weile käfig das würde denn der knast heißen käfig ist ja was vollkommen anders ja dann wird das hier das protest dafür hat jetzt nicht die motivation unbedingt wie soll man sagen ja was aufzunehmen was zu produzieren extra für youtube leute irgendwie hat mir dazu echt die mutition gefehlt ihr könnt euch gerne mal unten in die kommentare schreiben was ihr denn zu sehen wird wurde wieder griefer games sehen oder alter alter jetzt habe ich falsch gebaut ach mann nicht doch nicht ah ja so jetzt machen wir bauen mal ganz schnell den käfig provisorisch mann ich habe in dieser druck in fünf minuten muss alles fertig sein auf jeden fall leute hatte ich in letzter zeit wirklich keine ahnung einfach nicht die motivation jetzt was geiles zu bauen was geiles zu bauen was glaube ich was für euch zu produzieren oder irgendwie ein livestream in der richtung zu machen ja egal der ist auch wieder vier lang was los man alter jetzt gibt es doch nicht scheiße machen wir das halt anders man muss ich ja noch mal alles ganz kurz abreißen leute das weg das weg das weg so so leute und dann das so hin das so hin und dann bauen wir jetzt immer ganz kurz noch das platte das gibt es schon ordentlich leute so so natürlich mit eisen blöcken wenn ich bin ich habe nämlich käfig kann ja wir können auch so ein vogelkäfig bauen leute das war glaube ich mal gut so 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 dann bauen wir den mal original ich hoffe das wird jetzt einigermaßen gut ansonsten bin ich echt ein bisschen gefilte er wie gesagt ich hatte in letzter zeit nicht wirklich die motivation was zu produzieren ich habe keine ahnung wo eins liegt leute liegt einfach auch daran weil ein paar zuschauer in aktiv sind muss lustiger ein paar ist gut ein spaß ich weiß dass viele von euch immer noch aktiv sind auch trotzdem leute ich hatte einfach in letzter zeit wirklich kaum motivation jetzt irgendwas zu produzieren irgendwie auch mal wieder ein video zu machen weil ich auch griefer games im moment irgendwie nicht mehr mag das ist auch so ein problem leute griefer games content wirklich nicht mehr machen und ich habe keine ahnung was ich machen soll schreibt unten in den kommentaren was wir sehen weil das sieht das aus wie ein käfig ja teilweise sieht das aus wie ein käfig wie kann man kann man das denn noch als müssen das auf jeden fall noch ein bisschen schöner machen müssen wir noch mit slabs und sowas arbeiten also ein käfig jung ich glaube der wird zersprengt so wie das teil aussieht also das sieht es echt nicht aber der tür ist wahrscheinlich zersprengt bitte nicht den bau ich doch noch ja komm wir arbeiten noch ein bisschen mit quarts stufen mit quarts wird immer alles besser das ist mein motto digga sieht halt wirklich schon viel besser aus ja muss digga das sieht halt wirklich digga das sieht halt wirklich schon besser aus gibt es ja immer wenn ich wieso macht quarts immer alles so viel besser ich verstehe es nicht ähm ja das so hin machen wir das noch so das noch so und das noch so mhm ihr wisst leute ich bin nicht meisterbauer vom dienst aber das ist auch kacke geil wir müssen das einfach nur so hin bauen ich denke mal digga wenn ich irgendwo auf platz 3 oder so landet dann bin ich schon happy machen wir das mal noch so hin machen wir das mal noch so hin und dann wählen wir mal noch einen anderen untergrund würde ich sagen äh wo kann man hier denn noch einen anderen untergrund wählen ähm nein nein changing time dark ja ähm ach keine ahnung wo man das werden kann ich finde auf jeden fall erst schon mal nicht schlecht geworden leute wir machen jetzt noch ein paar viertes äh machen wir mal noch ein screenshot wie gesagt ich hatte einfach keine motivation was zu machen leute ich habe keine ahnung wieso vielleicht liegt es auch einfach daran dass youtube im moment echt ein bisschen scheiße ist äh das ist eher ein ach das ist das ist aber auch ein käfig das ist aber nicht schlecht aber ich finde es wieder mit wolle gebaut da gebe ich da gebe ich ein meh egal das ist das ist nicht das ist not good ähm was ist das oh der ok das ist nicht schlecht da gebe ich da gebe ich sogar mal ein gut weil ich dann obwohl man hätte den untergrund noch ein bisschen machen können so ist es schon mal nicht schlecht ähm was haben wir hier ja digga das ist das finde ich absolut hässlich meiser bleeding weg mit der scheiße das soll zersprengt werden wer baut denn sowas sowas hässliches hätte er selbst ich hinbekommen ähm ja gut es ist jetzt mhm so ein neder käfig aber auch noch glas als tür so gut ja gut das sieht gar nicht so schlecht aus aber trotzdem meiser bleeding digga ich finde es absolut hässlich was soll denn das sein im kürbis gefängnis oder was willst du da drinnen ein paar looten einsperren alter in dem gehört das digga ähm digga ich habe das gefühl ja ähm der ist würde nicht fertig geworden leute man muss immer hier gucken dass man was im rahmen baut was ist mit dem verkehrt leute das liegt die entzelt ja ja das hat jetzt keiner gesehen uuuh uuuh das ist echt nicht da gebe ich sogar mal ein gut weil das ist echt nicht schlecht er hat nochmal das thema ein bisschen anders gemacht hm was steht da hm ne meiser bleeding digga nein ne okay ahja digga dafür hat man 5 minuten zeit und dann bauen die leute so eine scheiße hin da verstehe ich aber irgendwie nicht warum die leute so eine kack da hinbauen ähm okay ja da gebe ich also im vergleich zu anderen naja ich gebe trotzdem mehr weil ich das einfach ab es vergesse ich finde komm mal kommt meins alter da müsste ich ja noch recht gut willkommen ja jetzt kommt meins komm da alter wenn der ja was haben die denn so in der hand hier na gut it's okay okay ja ganz genau bird cake ja digga ich bin sogar auf dem dritten platz gelandet ich hoffe euch hat diese kleine folge master videos gefallen wenn ja könnt ihr das gerne mit dem daumen nach oben zeigen und mit auch leute der mona sagen bis zum nächsten mal Tschaui.